So, wir sind hier in Obertürkheim in unserem Weißburg-Unterwängert und wie Sie ja genau hinter mir sehen, wir sind mitten drin in der Stadt und da liegt auch unser Weingut. Direkt hinter uns die Petruskirche und dann sieht man schon die Stadt und genauso haben wir hier einen schönen Rundblick. Natürlich liegen wir nicht ganz so hoch, aber es ist unser schöner Weißburg-Unterwängert. Genau, den probieren wir jetzt mal. Ja, probieren wir erstmal einen Schluck, zum Wohl. Der Wein hat eine wunderbar frische Aromatik, wenn man rein riecht, hat ein tolles Aroma, bringt Zitrusfrüchte, bringt auch so ein bisschen die tropische Fruchtrichtung mit. So ein kleines bisschen Ananas kann man da raus riechen. Insgesamt ist aber der Weißburg-Unterwängert an sich eher ein schlanker Begleiter, der wunderbar jetzt beispielsweise auch zum schönen Spargel oder zum Frühlingsgericht oder zum Sommergericht passt, auch zum schönen Salat beispielsweise. Und von daher ist das ein schöner Begleiter. Ja, mach mir jetzt nicht so viel Appetit auf Spargel, sonst müssen wir gleich heimgehen und Spargel essen. Da könnt ihr jetzt richtig gut dazu passen. Genau. Prost! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!